Herzlich Willkommen zurück, hier sind... Der Ossi. Und The Wizard. Also wundert euch nicht, weil der Ossi knurps nebenher ein bisschen Chips. Also wenn es mal irgendwie komisch knackt, sind das keine Ork-Knochen oder sonstiges, sondern einfach nur lädschige 3-Tages-Chips. Voll Wizard. Ja, er frisst mich natürlich wieder leer, mein ganzes Haus, alles. Die Haare vom Kopf. Also gut. Ja, ich komme immer zum Wizard nur zum Fressen und nicht zum Let's Playen. Richtig. Also der Hintergrund ist das Fressen. Ist genau die Hauptsache. Fressen. Also. Naja, also viel Spaß beim Video, ne? Achso, falls ihr es nicht mitgeriecht habt, wir spielen jetzt weiter Lego Heider Ring. Ne, wollte ich nochmal sagen. Das war der Wizard. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Jetzt tust du nicht speichern. Okay, nie. Bitte. Nicht speichern. Nie. Lebt wohl, Gandalf. Lebt wohl. Lieber Bilbo. Die Straße gleiche. Bilbo ist hässlich. Aber er kann immerhin so relativ gut singen. Das heißt betonen. Relativ. Wahnsinn. Totally relative. Woo. Woo. Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring sie zu knechten. Sie alle zu finden. In Stonkel zu tun. Blutsch. Unabhängig zu binden. Ich war schneller. Zu binden. Dies ist ein Ring. Geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Das ist alles scheiße. Frodo. Er darf ihn niemals finden. Deine Modder ist scheiße. Tuck dich. Oh, der coole Ossi hat gerade entmutet. Ja. Hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer. Das war ehrlich. Ein Apfel. Ein Apfel. Mmh. Lecker. Mmh. Spürfatz. Mmh. Wo soll ich hin? Oh. Geh nach Bre. Hier ist die Kichips. Will ich nicht. All diesen Lätschig. Au. So, das ist das, was es zum Essen gibt. Die Lampe. Au. Halt ihn geheim. Oh. Was macht er jetzt nur? Hm. Boom. Der ist so der Cheater, der Kerl. Ich mein, spüren wir jetzt auch gerade nur zum zweiten Mal. Ja? Nichts sagen. Das dürfen die anderen nicht wissen. Ach so, ja stimmt. Die dürfen nicht wissen, dass wir es vorhin übelst versaut haben mit der Aufnahme. Halt die Klappe. Mann. Du hast auch keine Ahnung von Diskretion, oder? Mmh. Naja. Kleiner Tipp. Nicht speichern. Okay. Puh. Ja, das ist... Bist du bereit? So. Immer der. Immer der Blauen Spurfolgen. Ja. 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 Ich will eine Taste. Ja. 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 Warte auf mich. Du herrenloser Hund. Aua. Ich bin schneller. Nimmst du gar nicht. Nur weil ich gewartet hab. Ja. Auf die Rüben. Da, da, da. Nimm mal lieber die Möchen. Da, da, da. Nimm mal lieber die Möchen. Okay. Ich hab ne Hobbitfrau verschlagen. Vergewaltigung. Das hab ich nicht gesagt. Ihr müsst wissen, falls wir manchmal lachen, dann liegt's daran, dass wir uns alle zweimal hören. Ja. Weil irgendwas mit dem Mikrofon hat nicht funktioniert letztes Mal und jetzt lassen wir die über unser Aufnahmegerät nochmals abspielen. Das heißt, in regelmäßigen Abständen hören wir unsere Stimme nochmal. Ja. Manchmal nervt's, manchmal ist es aber auch ziemlich lustig. Nein, es nervt. Juhu, Fynn. Was ist... Entschuldigung. Oh. Was? Ich dachte gerade, es ist schon wieder abgeschmiert. Ah, was heißt die schon wieder? Abgeschmiert ist bis jetzt noch nichts. Mein Rechner hat bis jetzt noch keine Fehler gemacht, ja? Fast keine. Was heißt hier fast? Er hat keine Fehler gemacht. Ach, halt doch die Klappe. Hahaha. Frodo. Merry, es ist Frodo Beutley. Backt ihr in Eis? Fendet. Was habt ihr jetzt zu suchen? Haha. Victim. Warum nimmt ihr auch die Hände vor? Keine Ahnung. Meine Güte. Nous attendons. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Hä? 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 Na, ist cool. Oh mein Gott! Verdammt, sterben! Ah! Fuhu! Oh Gott. Die Straße runter! Äh! Die Straße runter! Rechts! Ähm. Was? Nein, nichts. Passt schon. Ich habe mich gerade nur bewundert. Ach so. Hm. Ein Ring? Sieh, ist der Reitender school. Der schnupft auch zu viel, habe ich das Gefühl. Ja, der schnupft viel zu viel, ey. Nimm schon mal deine Schaufel, du Weichei. Mach ich. Was drücke ich denn da? Zwei, ja. Ne? Zwei. Ja, zwei. Hoch, da. Schaufel. Ja! Folge mir unauffällig. Okidoki. Okidoki, skippung. Nimm mal den Dreckhaufen, damit du ihn werfen kannst. Los, 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 los. Los, 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 los. Ja, aber eigentlich müssten wir euch ja jetzt zeigen, was passiert, wenn ihr ins Licht lauft, ja? Okay, bei der nächsten Gelegenheit zeige ich euch, wie ich mit meinem inneren Schweinehund kämpfe. Hä? Lol. Ich hasse Blumen. Ich bin auch fast kein Gärtner. Ja, egal. Los, beeil dich. Ich beeil mich, ja. Okay, also ich zeige es euch mal schnell, während der Ossi weitermacht. Nein! Jetzt sind die Zockerhände gefragt. Du musst buddeln gehen. Ich habe mich verstanden. Ihr wisst nicht, wie anstrengend es ist, so auf Kreis zu drücken. Ach, ich mache es noch mal. Nein! Er darf ihn nicht überstülpen. Wo denn? Ach, da. Der Ossi spielt. Los, wenn da die vier Pfeile außenrum sind, heißt das, du hast es anvisiert. Viel zu lernen, den du hast. Laufen wir einfach mal weiter. Meine Güte. Halt die Klappe. Ich meine, das können wir hier fast nicht auswendig, also. Keep rollin, rollin, rollin. Ich kriege diesmal das Artefakt. Nein, 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 nein. Boah! Meins. Nein! Ach, jetzt. Puh, nicht schon wieder. Ah, ich bin ein Schweinehund. 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 Oh, Gott. Ich werde ein Schweinehund. Was muss ich eigentlich machen? Das ist schrecklich. Weitergehen. Oh, stimmt, ja. Boah, meine tausend. Ja, Spacki. Mann, sind die schlechten. Die sind verreckt. Nur da eine. Peinlich. Peinlich. Diesmal bleibst du unten, ja, sonst müssen wir beide wieder rumgehen. Ein maskulter Rögel. Dann spielen wir wieder scheiße zusammen. Ja, gell. Fuh noch mal. Ich glaube, das ist eine Krähe. Nee. Ich krabble durch den Baum. Ist ja klar, ne, dass es bei jedem zweiten Baum im Wald eine Tür gibt, wo man dann hochklettern kann. Ist ja logisch. Vor allem, dass diese komischen Stumpfte loben. Ja. So, 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 ganz komisch, ne? Ich würde jetzt gerne springen, aber es geht leider nicht. Puh. Na, schon mal weiter. Da glitzert's. Ich mag Glitzer. Ich hab das Gefühl, wir werden gleich voneinander getrennt. Was meinst du? Oh, ich weiß nicht. Ich denke mal ja. Ja, nachdem du was gepflanzt hast, glaube ich, ist es soweit. Ich pflanze mein Blümchen. Weißt du, da ist es von Vorteil, wenn du ein Gärtner bist. Richtig. Du kannst einfach mal schnell eine Wand fassen. Du hast zwar Blumen, aber trotzdem. Wer hat das gesagt? Du? Vorhin. Wir haben es auf Video, wollte ich nur mal sagen. Ah, ah, ah. Also, der Ossi ist nicht in Wirklichkeit Gärtner. Ah, ja, klar. Schwuchtig. Pst, das ist ein Video. Das wollen die vielleicht schauen. Au, hör auf mich zu. Au. Der stupft mich. Ha, ha. Das Pferd ist auch gestupft worden. Ja. Orthang sieht cool aus in Lego. Ja, stimmt. Das Kraut der Halblinge hat wohl deine Sinne vernebelt. Was die alles in Haufen. Ey, das hat jetzt gepasst. Das Kraut der Halblinge hat deine Sinne vernebelt. Du weißt das? Woher? Ist das so offensichtlich? Schenkelklopfer für Beinambudierde. Hoffentlich hat man das gehört. Warte, ich geh nochmal hin. Ich mach's nochmal extra. Das hat man gehört. Hoffe ich. Äh, die wollen den Film gucken. Halt mal die Klappe. Ach ja. Da war ja mal was. Seit wann gibt Saruman der weise Wahnsinn. Purzug vor Vernunft. Ah. Fuck yeah. Okay, wir haben uns jetzt getrennt. Ich bin jetzt Gandalf der Graue. Voll cool. Und jetzt? Ich muss mal wieder gucken, was ich gemacht habe. Dann mach ich das. Du bist scheiße. Gar nicht wahr. Du stirb. Ich hab nicht dich gemeint, Aussie. Ich meine gerade Saruman, gegen den ich feite. Och. Geh weg. Geh weg. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Huuuuh. Huuuuh. Ähm. Ah, jetzt. Ich werf dich mal gegen die Tür. Gegen die Tür. Ach das. Boah. Voll gecruncht, Alter. Du kleiner alter Sack. Schieb, 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 schieb. Mann, ich war gerade dabei, Saruman den Kopf abzureißen. Gar nicht wahr. Doch. Der Ossie rettet Leben. Ja, ich bin gerade gestorben, du Idiot. Der Ossie rettet Leben. Ja, ich mach dich fertig, du kleiner Feuerbölle-werfende Schwuchtel-Pässer. Bats in your face. Nein. Haha, diesmal nicht. Bats. Und schon wieder nicht. Zap, zap, zap. Fuh. Er hat nochmal gemacht. Zap, zap. Zap, zap. Zap, zap. Und nochmal gegen die Tür. Oh, geht nicht. Bats. Du bist zu sterben, mein junger Freund. Nein, ich nochmal. Bats. Getötet. So, nun? It's my turn. Motherfucker. Ah, da kommt wieder der Feuerballschwinger. Ha. Tja. Fuh, er hat mich getroffen. Überlebe, du schaffst das. Du bist stark. Ja. Hör auf, auf mein Bildschirm zu gucken. Natürlich bin ich gestorben. Mein Tausender. Oh, ich habe dir die Möglichkeit. Die ist mal. Tja. Was ist denn? Bats. Haha. Ich habe es geschafft. Hier, du mir mal. Hör auf. Hör auf. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Oh, ich habe es geschafft. Vielen Dank.